Das Hotel Kamchia Park liegt in Goldstrand in Norden-Warner. Die meisten Gäste des Hotel Kamchia Park würden das Hotel weiterempfehlen. Die weitere Empfehlungsrate liegt bei 68%. 125 Gäste haben das Hotel bewertet und es für gut befunden. Durchschnittlich wurden 4 von 6 Sonnen vergeben. Dabei wurde das Hotel allgemein, die Zimmer, der Service, die Lage und das Essen sowie die angebotenen Sport- und Unterhaltungsangebote bewertet. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5,2 von 6 Sonnen vergeben. Zimmer Die Zimmer des Hotels werden gut bewertet und erhalten 4,5 von 6 Sonnen. In diese Bewertung fließen die Punkte Sauberkeit, Ausstattung und Größe des Zimmers ein. Service Für den guten Service des Hotels vergeben die meisten Gäste 4,3 von 6 Sonnen. Hotel allgemein Der gute Zustand und Sauberkeit des Hotels gefällt den meisten Gästen, die sich hierfür mit 4 von 6 Sonnen bedanken. Sport und Unterhaltungsprogramme Das Unterhaltungs- und Sportprogramm ist akzeptabel. Es wird mit 3,7 und 6 Sonnen bewertet. Gastronomie Gastronomisch kann das Hotel nicht bei den Gästen punkten. Es erhält 2,7 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.